In vielen, vielen Jahren werden wir zurückblicken und erkennen, das war der Moment, in dem sich alles verändert hat. In fünf Jahren wird KI in allem enthalten sein, was wir tun. Als Menschen müssen wir zuallererst verstehen, dass das passieren wird. Viele Technologen versuchen, menschliche Probleme mit Technologie zu lösen. Dabei bräuchten wir menschliche Lösungen. Die tiefere Frage ist, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Worauf werde ich noch stolz sein können? Ich finde diesen Moment extrem tiefgreifend. Er zwingt uns als Menschheit, genau darüber nachzudenken, was Bewusstsein ist. Was macht Menschen menschlich? Richtig viel. Es geht hier um Karrieren. Es geht hier um unglaublich viel Geld. Wer entscheidet, wie die Zukunft aussieht? Das weltweite Wettrennen um die vorherrschenden Welt. Die Wirtschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat begonnen. Es geht um Wirtschaftswachstum, um politischen Einfluss, um Macht. Zwischen China, den USA und Europa. Zwischen großen Tech-Konzernen und Start-ups, die sie herausfordern. Wer den Anschluss verliert, wird keine zweite Chance bekommen. Jonas Androulis hat eines der einflussreichsten KI-Unternehmen Europas gegründet. Mit seiner Hilfe könnte der Kontinent zur KI-Weltspitze aufschließen, unabhängiger von den USA und China werden und seinen Wohlstand für die Zukunft sichern. Diese Zeit ist eine richtungsweisende Zeit für Europa. Letzte Chance, letztes Spiel. Ein Europa, was die Technologie selber bauen kann, kann dann gemäß unserer Werte entscheiden, wie wir sie einsetzen. Thomas Wolf ist Mitgründer von Hugging Face, der wichtigsten Open-Source-Plattform für künstliche Intelligenz. Er will verhindern, dass eine der machtvollsten Technologien der Menschheitsgeschichte in den Händen von wenigen Großkonzernen landet. Wir brauchen eine Vielzahl von Akteuren und nicht einen einzigen, der die KI allein besitzt. Wir wollen keine Zukunft, in der eine so fundamentale Technologie in den Händen einer einzigen Firma ist. In vielen Filmen ist das der Beginn der Dystopie. Ein Unternehmen, das alles kontrolliert. Han Chao ist ein chinesischer KI-Unternehmer. Mit seiner Firma Gina versucht er sowohl auf dem westlichen als auch auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Welche Rolle spielen chinesische KI-Unternehmen im globalen Wettrennen? Und wie werden sie für die politischen Ziele der kommunistischen Partei eingesetzt? Chad GBT oder GBT4 dient im Grunde als Gehirn. Und dieses Gehirn sollte nicht in den USA hergestellt werden. Das ist eine der Sorgen der chinesischen Regierung. Die Kultur eines jeden Landes und die Art, wie die Regierung dieses Land führt, wird sich letztlich in diesem Gehirn widerspiegeln. Es ist völlig klar, dass künstliche Intelligenz in den höchsten Führungsebenen der USA und China als grundlegend angesehen wird für die Zukunft wirtschaftlicher und militärischer Macht. Wir haben uns ein wirtschafts-, finanz- und politisches System aufgebaut, das davon ausgegangen ist, alles läuft bequem so weiter. Wir kriegen billiges Gas aus Russland und die Amis passen auf uns auf und deswegen brauchen wir kein Geld für Rüstung ausgeben. Und China ist immer freundlich und das läuft alles. Wir sind bequem geworden. Und diese Bequemlichkeit jetzt mal zu durchbrechen, abzuschütteln und zu sagen, wir können auch mal wieder Offensivpolitik machen. Wir gehen in den Wettbewerb. Wir schaffen hier Wettbewerbsbedingungen. Wir sorgen dafür, dass die coolen Unternehmen, die wir haben, auch groß werden und dann auf dem Weltmarkt mitspielen können. Das ist schon angezeigt. Ende 2023 kann Robert Habeck in diesem geopolitischen Strategiespiel einen Punktsieg verbuchen. Aleph Alpha, ein deutsches KI-Unternehmen, sammelt 500 Millionen Dollar von Investoren ein. Es ist eine der größten europäischen Finanzierungsrunden für diese Technologie. Und ein Signal. Europa kann im Bereich KI internationale Topplayer hervorbringen. Jonas Andrules ist der Gründer und CEO von Aleph Alpha. Er setzt vorrangig auf Investoren aus der deutschen Industrie, SAP, Bosch und die Schwarzgruppe, zu der die Einzelhändler Lidl und Kaufland gehören. Ich war mit Hörfunker. Ich habe mit dem Lötkolben Funkgeräte gelötet, selber Antennen gebaut. Und dadurch, dass mein Vater sehr früh auch Computer zu Hause hatte, konnte ich mit ganz jungen Jahren anfangen zu programmieren und mit Computern rumzuspielen. Als wir gestartet sind, da gab es den Begriff GenoTWI noch nicht. Da war OpenAI kaum bekannt. Wir waren sehr technisch. Wir haben es geschafft, kategoriedefinierende Innovationen zu machen. Wir waren halt Neuerze, wir waren Researcher. Und wir hatten schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich werde der Menge an Arbeit und den Herausforderungen gerade nicht gerecht. Ich kann noch so viel irgendwie jeden Abend E-Mails beantworten, bis ich irgendwie vor Müdigkeit von der Couch falle. Aber dennoch gibt es Dinge, die ich vernachlässige und die ich eigentlich nicht vernachlässigen will. Es ist Frühjahr 2023. Und in der europäischen KI-Landschaft ist es recht einsam. Jonas Androulis hat mit seinem Start-up Aleph Alpha die einzige generative KI gebaut, die auf internationalem Top-Level mithalten kann. Das Know-how dafür hat er als hochrangiger KI-Forscher bei Apple erworben. Jetzt gehört er plötzlich zu Europas Hoffnungsträgern im Rennen um die Weltspitze. Aktuell sind wir einfach nicht in der Lage, diesen ganzen Ansturm von potenziellen Kunden und Partnern, dem überhaupt gerecht zu werden. DAX 30, da haben ein Großteil der Unternehmen sich gemeldet, viele Beratungen, Mittelständler, Presse, Veranstaltungen natürlich unglaublich viele. Das ist wie so eine kammgräische Explosion gerade, in der jetzt unheimlich viel Neues und Kreatives entsteht. Wir sind der einzige Europäer aktuell in der Größenordnung, der mit dabei ist. Das war schon eine spannende Entwicklung. Haben wir auch so etwas wie OpenAI? Ja, haben wir sogar. Vielleicht coolere. Womit man sich in der EU mehr beschäftigen sollte, ist die Frage, warum es nicht mehr einheimische Unternehmen gibt, die wachsen und skalieren. Viele Unternehmer und Startup-Gründer gehen in die USA. Der Zugang zu Kapital ist wirklich eine der größten Herausforderungen. Wenn man sich das anschaut, was wir macht, das ist Grundlagentechnologie. Was ich dafür brauche, ist eine ausgesuchte, schlagkräftige Truppe von brillanten Researchern. Dann brauche ich Kohle. Mehr Geld, als man normalerweise als deutsches Startup kriegt. Mittlerweile geht es um Milliarden. Und dann braucht man Partner, die einem helfen, mit Hilfe, die man auch nicht für Geld kaufen kann. OpenAI bekommt eben nicht nur 10 Milliarden von Microsoft, sondern bekommt auch eine unglaubliche Unterstützung dabei, diese Technologie in alle Microsoft-Produkte und Plattformen einzubauen. Aleph Alpha hat zu diesem Zeitpunkt 60 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Die meisten in Heidelberg, wo die Firmenzentrale ist. Anders als OpenAI will Andrules mit seiner KI nicht private Nutzer erreichen, sondern die Industrie und öffentliche Verwaltungen. Doch die sind schwerfällig und nicht leicht zu überzeugen. Für Jonas Andrules ein Problem. Er braucht Pilotprojekte, um zu beweisen, dass seine Technologie funktioniert. Wenn man sich hier hinstellt, wirst du von einer virtuellen Person angesprochen. Guten Tag, darf ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie hin? Und dann kann ich hier. Wir müssen immer mehr in die Richtung gehen. Das ist nicht gut. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich weiß, das ist dein Arbeitsplatz, aber wir sind ja heilfroh, dass wir dich noch haben. Sie geht jetzt demnächst wahrscheinlich mal in ihren verdienten Ruhestand. Wenn ich sie frage, möchtest du noch ein bisschen länger arbeiten? Das ist meine Standardfrage mittlerweile, weil ich brauche dich, weil wir nicht genügend Fachkräfte nachbekommen. Also, das ist ein Riesenthema. Das ist für uns wichtig. Soziales Miteinander. Das ist natürlich Hauptthema Innovation. Die Stadt Heidelberg hat als eine der ersten Kommunen weltweit einen KI-Bürgerassistenten eingeführt. Das Sprachmodell dahinter stammt von Aleph Alpha. Wir haben einen Partner, wir haben einen Kunden, mit dem wir gemeinsam diese neuen Technologien uns anschauen können und den wir als Referenz auch erfahrbar haben. Jeder kann hingehen und das ausprobieren. Und das ist ein Riesenvorteil. Denn viele unserer anderen Kunden, die wollen erstmal nicht genannt werden. Die wollen nicht zeigen, was sie genau machen. Da ist das natürlich schon toll, so einen Pilotkunden zu haben, der gleichzeitig auch ein bisschen visionär und mutig ist. Langfristig soll künstliche Intelligenz die öffentliche Verwaltung schneller und den Bürgerservice besser machen. Ich gebe einfach die Frage ein, Kfz-Belastung B37. Das ist jetzt eine stark befahrene Straße und lasse danach suchen. Das ist sehr allgemein die Frage. Das ist dann die Frage, jetzt welchen Zeitpunkt, ist das jetzt eine Jahresbilanz oder eine Tagesbilanz? Die KI hat natürlich jetzt zu arbeiten. Was will der eigentlich? B37 ist heute zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt. Ich würde jetzt mal fragen, wie beantrage ich Kindergeld? Das war jetzt noch nicht die richtige Antwort. Sie findet jetzt nichts. Also die Fehlermeldung, die wir rückgemeldet bekommen aus der Bürgerschaft und die wir selber auch über die Ämter, also wir testen uns selber, die geben wir an alle Alpha weiter. Was muss die KI ändern, damit die Eingabe zielgenauer ist? Es geht eigentlich immer um die Zielgenauigkeit der Angabe. Noch ist die Technologie in der Testphase und funktioniert nicht zuverlässig. Für Aleph Alpha eine sensible Zeit. Jonas Androulis braucht Investoren und frisches Geld. Und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wächst der Vorsprung von Microsoft und Open AI. Das Rennen hat heute begonnen und wir werden uns bewegen, schnell bewegen. Jeden Tag wollen wir neue Dinge herausbringen. Am 14. März 2023 veröffentlicht Open AI ChatGPT 4, die bis dahin leistungsfähigste künstliche Intelligenz, und senkt gleichzeitig die Kosten für die Nutzer stark. Jonas Androulis und sein Team sehen ihr Geschäftsmodell bedroht. Schreibe ein Gedicht übers Fliegenfischen aus der Sicht der Fische. Und es geht stundenlang weiter. In the depths where shadows weave and play, in this cool clear waters where I stay, I am the fish beneath the silver stream, where life's a dream, or so it seems, a wily being, sleek and sly, with ancient instincts to live and die. Es ist ewig lang. Gar nicht schlecht. Ich habe mit einigen Kollegen zusammen in einer Wohnung die Veröffentlichung von GPT 4 angeschaut, auf einer großen Leinwand. Jemand hatte einen ChatGPT Pro Account und damit Zugang zu GPT 4, so dass wir damit spielen konnten. Wir waren sehr überrascht, wie gut es war. Es ist nicht schlimm, wenn jemand mit einer großartigen Technologie aufwartet. Wir sind Forscher und entwickeln Technologie. So ist das nun mal. Wenn du ein Geiger bist und dir ein fantastisches Solo von einem unglaublichen Geiger anschaust, sagst du ja auch nicht einfach, ich gebe auf. Es ist inspirierend. Ich war etwas gestresst. Ich war mitten in Gesprächen mit potenziellen Investoren und Geschäftspartnern. Und ich wusste, in jedem Gespräch würde jemand sagen, aber GPT 4. Ich hätte GPT 4 gerne selbst gebaut. Ich hätte gerne vor zwei Jahren 200 Millionen bekommen und das erste Modell mit diesen Fähigkeiten gebaut. Aus Heidelberg, aus Europa. Das hat dem Team viel Frustration ausgelöst. Das habe ich gesehen. Und das tut weh. Eigentlich ist der Vergleich zwischen OpenAI und Aleph Alpha absurd. OpenAI gehört knapp zur Hälfte dem Tech-Riesen Microsoft, der über 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen pumpt. Jonas Androulis hat bis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 28 Millionen Euro eingesammelt. Und doch will er es mit der Weltspitze aufnehmen. Wir stehen alle enorm unter Druck, weil wir ums Überleben kämpfen. Weil wir eben sagen, wir haben mit extrem weniger Geld Weltklasse geschaffen. Wir sind im Prinzip vorne mit dabei in der obersten Klasse. Und wissen aber alle, dass jetzt eine Welle von Geld auf uns zurollt, die die Microsoft einsetzt, der wir nichts entgegenhalten können. Ist Französisch oder Englisch einfacher? Es ist ein bisschen schwierig, Französisch zu sprechen, ohne englische Wörter überall. Während Jonas Androulis sich sorgt, dass die Platzhirsche Microsoft und OpenAI ihn an die Wand drängen, ist die Stimmung bei Thomas Wolf richtig gut. Hugging Face hat 200 Mitarbeiter und Büros in Paris, New York, Amsterdam. Das Unternehmen baute eine erfolgreiche Plattform, auf der Programmierer und Unternehmen KI-Modelle mit anderen teilen und weiterentwickeln können. Die Philosophie, die Mission und die Werte, die wir vertreten, sind in gewisser Weise sehr europäisch. Vorsichtig mit Daten umzugehen, etwas Verantwortungsvolles zu schaffen. Und nicht einfach nur vorzupreschen und alles dabei kaputt zu machen. ChatGPT enthält definitiv angloamerikanische Wertvorstellungen. Wir haben uns gefragt, ob man nicht ein Projekt auf die Beine stellen könnte, um das zu untersuchen und zu erfassen. Zum Beispiel mit Benchmarks, die zeigen könnten, ob ein Modell angloamerikanische, französische oder deutsche Wertvorstellungen beinhaltet. Es wäre doch interessant, eine Vergleichsstudie zu machen zwischen ChatGPT und BlumChat. Wenn man eine Frage in verschiedenen Sprachen stellt, wie unterschiedlich fallen die Antworten aus, abhängig von der Art der Frage? Ist die Herangehensweise eher amerikanisch oder europäisch? Das wäre eine interessante Studie. Wenn ich von Wertepluralismus spreche, dann bedeutet das, jede Bevölkerung der Welt hat ein eigenes Wertesystem. Wir haben hier eine Menge unterschiedlicher Nationalitäten und müssen uns die Frage stellen, was sind unsere Werte? Was ist uns wichtig? Ich sehe ein paar sehr vielversprechende Entwicklungen in Europa. Neue Start-ups. In Deutschland ist Aleph Alpha schon ein großer Player. In Großbritannien ist Stability sehr sichtbar. Hier in Frankreich ist Mistral neu dabei. Ich sehe in fast jedem europäischen Land mindestens ein oder zwei Start-ups mit diesem Ehrgeiz, etwas Großes aufzubauen. So idealistisch Tumar und sein Team von Hugging Face auftreten. Es gibt auch Kritik. Open Source hin oder her. Am Ende ist es eine kleine Tech-Elite, die gerade bestimmt, wie unsere Zukunft aussieht. Und welchen Risiken wir ausgesetzt sind. Alle Geschäftsleute, die ich treffe, sagen, wir brauchen Bildung. Die Gesellschaft muss sich weiterbilden. Wir schaffen ja nur die Systeme. Man kann diese Systeme aber so oder so gestalten. Zum Beispiel so, dass eine Person verstehen kann, was da vor sich geht. Zumindest ein bisschen. Das kann Teil der Verpflichtungen sein, die wir der Industrie auferlegen. Diese Maschinen haben das gesamte kulturelle Wissen verarbeitet und wurden von Mathematikern geschaffen, die sich mit Kultur nicht auskennen. Das ist natürlich ein wenig übertrieben. Aber wir müssen Mittel finden, wie wir das den Menschen erklären, die sich nicht für Mathematik interessieren. Die Maschinen aber als Werkzeuge nutzen. Sie müssen verstehen, wo die Grenzen sind. In welchen Situationen die Maschinen funktionieren und in welchen nicht. Genau wie bei GPS-Geräten, bei denen wir erkennen, wenn sie uns einen falschen Weg anzeigen. Es ist super, dass es so ein riesiges Forschungsfeld auftut, oder? Es tut sich allerdings auch eine riesige Kluft auf. Wer trägt am Ende eigentlich die Verantwortung? Denn als Entwickler oder Forscher hat man eine gewisse Verantwortung. Es geht nicht darum, die Forschung einzuschränken. Aber wir müssen mitbekommen, wenn es Anwendungen gibt, die der Gesellschaft schaden. Es gibt ein unfassbares Manipulationspotenzial. Wenn man nur an den Einfluss von ChatGPT auf Wahlen denkt. Ich denke, es braucht ein Gegenmittel. Mehr Bildung. Das ist doch ein gutes Thema für die nächsten Wahlen. Welche Bildung brauchen wir, damit wir nicht alle auf Manipulationen hereinfallen? Das ist eine riesige Frage. Was passiert, wenn Menschen damit anfangen, die KI zu fragen, wen sie wählen sollen? Die KI wird wie immer eine Antwort geben. Wer entscheidet, wie sie antwortet? Wer soll das entscheiden? Darauf habe ich leider keine Antwort. Die Geschwindigkeit, mit der sich generative KI entwickelt, ist atemberaubend. Und die Tech-Giganten sind in den Ring gestiegen, um gegeneinander anzutreten. Was die Entwicklung zusätzlich befeuert. Es geht um einen gewaltigen neuen Markt. Bei führenden KI-Wissenschaftlern wachsen die Sorgen, dass die großen Tech-Konzerne in ihrem Wetteifer Technologien erschaffen, die nicht mehr beherrschbar sind. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, als mein Landsmann Karl von Diney unsere Spezies als Homo sapiens bezeichnete. Sapiens bedeutet der denkende Mensch, der Kluge. Wir werden aber nicht mehr die Klügsten sein. Vielleicht sollten wir uns in Homo sapiens umbenennen, der fühlende Mensch. Wir können Neugierde, Sinn, Bestimmung und Liebe fühlen. Das macht uns einzigartig. Wir sollten uns fragen, wie wir die Kontrolle über die Maschinen behalten. Wie wir sie als Werkzeuge nutzen können, um eine Welt zu schaffen, in der die Menschen mit positiven Erfahrungen wachsen können. Als ich 2014 das Future of Life Institute gegründet habe, war es ein Tabu, die Sicherheit von KI auch nur anzusprechen. Weil das andeuten würde, dass sie nicht absolut sicher ist. Viele KI-Forscher dachten, dass es schlecht für die Finanzierung wäre und dass sich darüber nur seltsame Leute Gedanken machen. Für viele war es wie ein Coming-out-Moment, diesen Brief zu unterschreiben und festzustellen, oh, du bist auch besorgt und denkst, wir sollten das etwas langsamer angehen? Das wusste ich gar nicht. Und mit einem Mal wurde es gesellschaftsfähig. Tag Mark und sein Future of Life Institute veröffentlichen einen Brief. Die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz für die Menschheit ausgehen, seien existenziell. Die menschliche Zivilisation könne daran zugrunde gehen. Hunderte KI-Forscher und Tech-Größen unterzeichnen den Brief. Darunter Tesla-Chef Elon Musk, Apple-Mitgründer Steve Wozniak und der Turing-Preisgewinner Joshua Bengio. Es war schockierend, nachdem eine Art Who is Who der KI-Forschung diesen Brief unterschrieben hatte, nahmen die Gespräche explosionsartig zu. Meine schlimmste Befürchtung ist, dass wir, die Technologiebranche, der Welt erheblichen Schaden zufügen. Das könnte auf viele verschiedene Arten passieren. Das ist der Grund, warum wir das Unternehmen gegründet haben. Wenn etwas bei dieser Technologie schief geht, dann kann es ziemlich schief gehen. Wir wollen das offen ansprechen. Wir wollen mit der Regierung zusammenarbeiten. Ich glaube, er meinte das ernst. Er hat über die existenziellen Risiken gesprochen. Ich glaube auch, dass es wesentliche Risiken gibt. Es gibt auch ein ganzes Spektrum anderer Risiken. Ich habe ein paar Mal mit ihm darüber gesprochen. Er kennt sie auch sehr gut. Vor der gewaltigen Macht dieser neuen Technologie zu warnen, erhöht natürlich auch die Bedeutung der Produkte, die diese Leute herstellen. Das könnte also auch einen indirekten Marketing-Effekt haben. Schaut euch die unglaublichen Dinge an, die wir bauen. Aber lasst uns auch sicherstellen, dass dabei nichts schief geht. Dafür wenden sie sich an die Politiker. Falls etwas schief geht, können sie sagen, wir haben euch doch gewarnt. Aber die Politik hat nicht oder nicht schnell genug gehandelt. Ich sehe mir hier einen Aufsatz an mit dem Titel KI-Sprachmodelle, die auf Mediennutzung trainiert sind, können die öffentliche Meinung vorhersagen. Die Arbeit wurde am MIT und auch bei Google durchgeführt. Das Ergebnis ist, Sprachmodelle können tatsächlich die öffentliche Meinung vorhersagen. Ich möchte darüber im Kontext von Wahlen nachdenken. Sollten wir uns Sorgen machen über diese Sprachmodelle, die dabei helfen können, fein abgestimmte Strategien zu entwickeln, um das Verhalten der Wähler zu beeinflussen? Sollten wir darüber besorgt sein? Danke für die Frage, Senator Holley. Das ist einer der Bereiche, die mir am meisten Sorgen bereiten. Die allgemeine Fähigkeit dieser Modelle, zu manipulieren, zu überzeugen und im direkten Gespräch quasi interaktiv zu desinformieren, das beunruhigt mich. Ich glaube aber, Menschen können sich recht schnell anpassen. Als Photoshop damals auf den Markt kam, ließen sich die Menschen eine Weile von Photoshop-Bildern täuschen. Dann haben sie schnell begriffen, dass die Bilder mit Photoshop bearbeitet wurden. So wird es auch hier sein, aber viel extremer. Die Fähigkeit, das Verhalten von Menschen vorherzusagen, so wie sie es beschrieben haben, erfordert ein Zusammenspiel aus Unternehmen, die das richtige tun, Regulierung und öffentliche Aufklärung. Regulierung und öffentliche Aufklärung. 2024 ist ein entscheidendes Wahljahr. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Das Europäische Parlament wird gewählt. Es wird Wahlen in Indien geben. Eine große Anzahl von Menschen wird Wellen gehen. Währenddessen befinden wir uns in diesem großen Experiment. Für unabhängige Wissenschaftler, Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen ist es sehr schwer, diese Modelle zu untersuchen. Welche Schäden sie verursachen, wenn sie bösartig eingesetzt werden, als Waffe gegen die Demokratie, finden wir vielleicht erst heraus, wenn es zu spät ist. Wenige Tage nachdem Sam Altman im US-Senat aufgetreten ist, gibt er ein Statement heraus, das hochrangige Führungskräfte von Google, Microsoft und anderen Tech-Unternehmen unterzeichnen. Die Tatsache, dass es die Unternehmen selbst waren, die eine Regulierung wollten, und führende Wissenschaftler ein Eingreifen der Regierung forderten, das war der Wendepunkt in der Diskussion. Um zu verstehen, welche Dynamik generative KI hinter den Kulissen der Weltpolitik zu diesem Zeitpunkt auslöst, muss man hoch in den Norden fahren. In das schwedische Küstenstädtchen Luleå, 100 Kilometer südlich des Polarkreises. Wenn die Leute sagen, dass künstliche Intelligenz so etwas wie die nächste industrielle Revolution ist, unterschätzen sie ihren Einfluss. Das ist nicht einfach eine neue Technologie wie die Dampfmaschine. Es ist eher wie eine neue Spezies. Eine Spezies, die deutlich klüger ist als wir. Präsident Biden höchstpersönlich hatte Sitzungen zu künstlicher Intelligenz, manchmal dreimal die Woche. Und so viel kann ich sagen, nicht viele Dinge landen dreimal in der Woche auf dem Tisch des Präsidenten. Es ist der 31. Mai 2023. Und ein wenig wirkt es so, als seien an diesem Tag UFOs gesichtet worden. Und vielleicht ist etwas dran an dieser Analogie. Denn seit kurzem teilt sich die Menschheit den Planeten mit einer weiteren intelligenten, wenn auch künstlichen Spezies. Wie soll die Politik darauf reagieren? Die Demokratie muss zeigen, dass sie genauso schnell ist wie die Technologie. Sie haben den ersten Brief gesehen, in dem eine Pause von sechs Monaten gefordert wurde. Und wie sich gestern einige sehr kluge Leute dafür ausgesprochen haben, dass wir etwas gegen die existenziellen Risiken tun müssen. Und dann gibt es ja noch die nicht existenziellen Risiken. Warum ist es für die Europäische Union wichtig, hier eine gemeinsame Politik mit den USA zu verfolgen? Und sollten nicht auch andere Teile der Welt einbezogen werden? Europa ist wichtig. Aber das ist größer als Europa. Die USA sind wichtig. Aber das ist größer als die USA. Wenn wir beide mit unseren Verbündeten die Führung übernehmen, wird es erträglicher, dass generative KI jetzt in der Welt ist und sich rasant entwickelt. Jonas Andrules ist zu dem Spitzentreffen in Schweden eingeladen. Er soll hier die Sichtweise der europäischen KI-Startups vertreten, die faire Wettbewerbsbedingungen fordern. Es gibt natürlich andere KI-Unternehmen in Europa, aber wir sind halt das, was am ehesten da noch in Sichtweite ist mit der Weltspitze. Und ich gehe davon aus, dass das schon der Grund ist, warum wir da sind. Und nicht, weil wir nicht so charmant sind. In einigen Branchen steht ein extrem großer Wandel an. Was denkst du darüber? Wir versuchen, mehr Kapital aufzubringen. Vor zwei Wochen war ich auf der Sapphire-Konferenz von SAP. Christian Klein hat in seiner Eröffnungsrede gesagt, unsere wichtigsten Partner für generative KI sind Aleph Alpha, Google und Microsoft. Und bald ist auch eine Veranstaltung mit Antonio Neri von HPE. Und was hältst du von unserem anderen Kollegen von Anthropic und dem Statement, das sie unterzeichnet haben? Ah, meinst du das zur KI-Sicherheit? Ja, die von gestern. Langfristig gesehen sind katastrophale Ereignisse denkbar. Ich war in Brüssel und Berlin. Und die Politiker dort haben Angst. Wir beginnen mit Jonas Androulis, dem Gründer von Aleph Alpha. Sie haben das Wort und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Danke für die Einladung. Uns allen ist ein bisschen schwindelig. Die Geschwindigkeit der Veränderung macht jeden, den ich im Bereich KI kenne, nervös. Und mit dieser Technologie kratzen wir gerade mal an der Oberfläche. Auf Wissensarbeit beruht ein großer Teil der Wertschöpfung in Europa. Für uns ist das also eine Chance, neue Imperien aufzubauen, neue Werte zu schaffen. Aber es ist auch ein Risiko, eine zentrale Säule zu verlieren, auf der wir stehen. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir faire Wettbewerbsvoraussetzungen schaffen können. Denn ich denke, es liegt dem Interesse aller, dass Europa zu einer sicheren Zukunft mit KI beiträgt. Während die USA und Europa um eine gemeinsame Strategie ringen, entsteht am anderen Ende der Welt, in China, gerade ein KI-Ökosystem, das nach seinen eigenen Regeln funktioniert. Und Chinas Aufstieg zur Weltmacht ebnen soll. Ich denke immer an die Olympische Schule zurück, zu der meine Mutter und mein Vater mich gedrängt haben, damit ich mich auf Mathematik spezialisiere. Und an die Englischschule. Das war zusätzliche Arbeit neben der normalen Schularbeit. Man hatte Samstags Unterricht, am Wochenende. Das hat mich zu einem schnelleren Lerner gemacht. Und meine Mutter hat recht. Um Fortschritte zu machen, um sich selbst anzutreiben, muss man ständig lernen. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern, dass sie weiter lernen sollen, um mit dem schnellen Tempo der KI-Entwicklung Schritt zu halten. Mein Vater war Informatikprofessor. Ich hatte das große Glück, schon früh mit KI in Berührung zu kommen. Damals, 2009, habe ich ein sehr einfaches KI-Modell gebaut. Gegen die heutigen, großen Sprachmodelle wirkt das wie eine kleine Ameise. Han Chao ist ein Grenzgänger zwischen China und dem Westen. Er hat für den chinesischen Tech-Riesen Tencent gearbeitet und für den deutschen Versandhändler Zalando. Vor drei Jahren gründete er seine eigene Firma, Gina, ein KI-Startup, mit Büros in Shenzhen und Peking. Der Hauptsitz aber ist in Berlin. Hier führen wir auch ein Interview? Warum? Ja, für die Webseite. Für die Webseite? Wir haben ein Praktikumsprogramm, für das wir Bewerber suchen. Dafür sammeln wir auch Erfahrung von Mitarbeitern, um nicht nur die Perspektive der Praktikanten zu haben. Ah, ich verstehe. Kalimi kommt aus Indien. Isabella aus Südafrika. Ja, Südafrika. Aladin aus Tunesien. Jack aus Malaysia. Und dann haben wir Michael aus Deutschland. Ich habe eine begrenzte Anzahl an Kabeln. Ich kann also nur einen Monitor mit Strom versorgen. Manchmal muss ich den Leuten den Aufbau und die Ergebnisse des Modells zeigen. Da ist es gut, dass ich diesen zweiten Bildschirm habe. Ich kann auch darauf malen. So wird daraus quasi ein Touchscreen. Das hier zeigt den Fortschritt beim Trainieren der Modelle. Fast wie an der Börse. Dieses Modell schneidet relativ gut ab, weil die Kurve mit der Zeit ansteigt. Andere sind nicht so erfolgreich wie dieses hier. Das hat sehr gut begonnen und dann stoppte der Fortschritt. Das verschwendet unsere Zeit, unsere Arbeitskraft, Rechenleistung, Energie und so weiter. Han Zhao und sein Team arbeiten daran, die KI-Modelle für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Die Verknüpfung von Text, Video und Bildern zum Beispiel. Ihr Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine immer intuitiver und natürlicher werden zu lassen. Viele Leute werden das erkennen. Dieser Typ ist ein Meme, sehr beliebt in den sozialen Medien. Wenn man unseren Algorithmus auf dieses Bild anwendet, macht er eine Geschichte daraus. Er kann Comedy, Erotik, Fantasy, Horror, all diese Genre. Wir lassen es mal bei den Standardeinstellungen und legen einfach los. So sollte es nicht sein. Ich war für mehr bestimmt. Flüsterte er in den Raum. Seine Worte halten in der Stille wieder. Ich bin mehr als der einsame Mann, zu dem ich geworden bin. Mehr als diese Enttäuschungen. Plötzlich leuchteten seine Augen auf. Eine Offenbarung formte sich in seinem Kopf. Vielleicht ist es an der Zeit, das der Welt zu zeigen. Kraftvoll und entschlossen stellte Arthur seinen Kaffee ab. Es war der Schlusspunkt seiner einsamen Überlegungen und der Beginn eines neuen Kapitels. Das bekommst du, wenn du mit KI ans Limit gehst. Aus einem einzigen Bild generiert sie nicht nur einen Text, sondern eine emotionale Audio-Geschichte. Chinesische Unternehmen werden am Ende die Führung bei generativer KI übernehmen. Vor zwei Monaten habe ich an der Welt-KI-Konferenz in Shanghai teilgenommen. Und während dieser Konferenz wurden 30 neue Sprachmodelle veröffentlicht. An einem einzigen Tag. Einige stammen von großen Unternehmen wie Tencent, Alibaba und Baidu. Andere von mittelgroßen Unternehmen, sogar aus verschiedenen Branchen. Banken zum Beispiel. Chinesische Unternehmen sind in der Regel sehr gut darin, von US-Unternehmen zu lernen. Sie kopieren, was die US-Unternehmen tun und machen es dann noch besser. Ich bezweifle nicht, dass eines Tages alle Top-Modelle aus China kommen werden. Die Frage, welche Unternehmen das Zeitalter der künstlichen Intelligenz dominieren werden, hat auch geopolitische Folgen. China nutzt das Know-how der Tech-Konzerne, um seine Macht auszubauen. Die freiheitlichen Gesellschaften versuchen dagegen zu halten. Mein Name ist Jeffrey Cain. Ich war lange Journalist und Auslandskorrespondent in China. Ich habe ein Buch mit dem Titel Der perfekte Polizeistaat geschrieben und habe den US-Kongress und das Repräsentantenhaus in Sachen Sanktionen gegen China beraten. Das, was ich auf der Welt gesehen habe, in China und anderswo, macht mich zutiefst besorgt, dass wir keine Ahnung haben, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen sollen. Wie wir diese Technologie in den Griff bekommen und wie wir sie zum Wohle unserer Demokratie einsetzen können. China ist führend darin, Technologie unter staatliche Kontrolle zu bringen und sie als Instrument der Staatsmacht einzusetzen. Sei es zur internen Kontrolle und Zensur, zur Beherrschung der Gesellschaft oder um eine digitale Infrastruktur auf der ganzen Welt zu haben, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist natürlich eine Vorstellung, die in direkten Widerspruch zu der von demokratischen Gesellschaften steht. 2017 hat China in seiner nationalen Strategie für künstliche Intelligenz, und das ist ein öffentliches Dokument, ausdrücklich das Ziel formuliert, KI-Technologie weltweit zu dominieren. Die Vereinigten Staaten wiederum haben sich ausdrücklich das Ziel gesetzt, nichts zu tun, was China unterstützt, zu einer autoritären KI-Supermacht aufzusteigen. Ironischerweise waren es aber große US-Konzerne, die die Politik ihrer Regierung in der Vergangenheit unterlaufen haben. Mit dem Ziel, Zugang zum gewaltigen chinesischen Markt zu bekommen. Allen voran Microsoft. Microsoft ist das wichtigste westliche Unternehmen, das in China tätig ist und die chinesische Regierung bei der Entwicklung ihrer KI-Dystopie unterstützt hat. Microsoft hat in China eine Niederlassung eingerichtet, die sich Microsoft Research Asia nennt. Eine Geste von Bill Gates in den 90er Jahren, durch die er einen besseren Marktzugang zu China bekommen wollte. In diesem Forschungslabor wurden die Superstars der chinesischen KI-Welt ausgebildet. Wichtige Persönlichkeiten, die später Unternehmen wie McVie oder SenseTime gegründet haben oder zumindest leitende Positionen in diesen Unternehmen eingenommen haben. Das war so etwas wie der Brutkasten der modernen chinesischen KI-Industrie. Viele tolle Leute, Forscher und Start-up-Gründer kommen eigentlich von Microsoft. Jetzt werden sie zu einflussreichen Meinungsführern und Unternehmern in China. Microsoft half, Chinas Tech-Elite aufzubauen. Und die wiederum wurde von der chinesischen Regierung instrumentalisiert, um einen gigantischen Überwachungsstaat aufzubauen, der mit Hilfe von KI gemanagt wird. In China, in Peking, in Shenzhen gibt es die meisten Überwachungskameras der Welt. Die Öffentlichkeit hat sich daran gewöhnt. Sie sehen das nicht als Eingriff in ihre Privatsphäre oder als eine Software, die ihr Verhalten analysiert. Denn das Argument der Regierung war, die Gesellschaft sicherer zu machen und sie zu schützen. Vor Terroristen zum Beispiel. Die Öffentlichkeit hat in den letzten zehn Jahren akzeptiert, dass es überall Überwachung gibt. Jetzt gibt es nicht nur die Möglichkeit, alle Informationen zu hören, die Menschen innerhalb der Gesellschaft austauschen, sondern auch die kognitive Kapazität, all das zu verarbeiten. Das ist eine sehr beängstigende Zukunft. Leider ist sie nicht ausgeschlossen. Aktuell haben wir mehr als 500 sogenannte City Brains im ganzen Land. Eine Stadt wie Shanghai hat eine Menge Big Data Analysezentren. Dort sammeln sie all diese Daten aus verschiedenen Bereichen und die Maschine, der Algorithmus, führt alles zentral zusammen, macht Berechnungen und Analysen und trifft Entscheidungen. Für die chinesische Regierung ist K.I. ein extrem leistungsfähiges Werkzeug, das sie für das Militär, staatliche Überwachung, Polizeiarbeit und auch für die Verwaltung von Städten und Verkehr einsetzen kann. Sie hat diese Technologien überall auf der Welt verkauft, vor allem an autoritäre Regierungen, mit dem Versprechen von totaler Überwachung, ein Staat ohne Verbrechen und Andersdenkende. Es ist eine schöne neue Welt und wir haben im Westen noch keine Lösung für dieses Problem. China prescht vor. Die USA verfolgen eigene Interessen. Und Europa ringt um Unabhängigkeit. Wenn es Europa nicht schafft, bei dieser Zukunftstechnologie dabei zu sein, wird es amerikanische oder chinesische K.I. sein, die in nie gekanntem Maße in die privatesten Bereiche einbringt. Die uns so gut kennenlernt, wie unsere nächsten Freunde und Verwandten, die mit uns rund um die Uhr kommunizieren und unser Denken und Handeln manipulieren wird. Um das zu verhindern, braucht Europa Unternehmen, die nicht nur programmieren können, sondern eine eigene Hardware-Infrastruktur aufbauen, damit die hochsensiblen Daten unter Kontrolle bleiben. Die most precious commodity, die wichtigste Ressource für die Zukunft von generativer KI ist GPU Power, also Compute Power. Die wird in Zukunft so wichtig und so essentiell sein, wie es bisher Strom und Wasser und Ähnliches gewesen ist für Entwicklungsprozesse, die wir gehabt haben. Es gibt schon so ein geflügeltes Wort im Silicon Valley, the GPU Power, die Leute, die arm an Grafikkarten sind. Um High-End-Sprachmodelle zu trainieren, braucht es Tausende von Hochleistungsgrafikkarten. Entsprechend knapp ist das Angebot. Auch deswegen binden sich viele kleinere Player an große Tech-Konzerne. Ganz viele von den Deals im Bereich generative KI der letzten Monate haben Unabhängigkeit gekostet. Viele Unternehmen haben Partnerschaften gemacht mit großen Konzernen, indem sie Einschränkungen bei der Hardware-Auswahl, Cloud-Auswahl, Integrationen akzeptiert haben. Und das war eine Sache, die wir auf keinen Fall machen wollten. Jonas Andrules hat den Wert eigener Hardware früh erkannt und für seine Firma ein Rechenzentrum in Deutschland aufgebaut. Aleph Alpha bekommt deswegen für die Politik zunehmend strategische Bedeutung. Das ist in Ruhe, da ist kein Geld drin. Sie werden in den Medien immer als die deutsche Antwort auf Chat-GPT stilisiert. Ist das so? Nee, das ist falsch. Also einfach weil, also gerne die deutsche Antwort auf Open AI, das sind schon eher. Aber Chat-GPT ist ja wirklich ein Produkt, was sich an den Konsumenten richtet. Ja, und was wirklich dafür gedacht ist, damit da irgendwie Schüler ihre Ausaufgaben mitmachen können oder damit man ein Gedicht zum Geburtstag der Oma schreiben kann oder so. Und das ist gar nicht unsere Zielgruppe. Wir sagen wirklich, wir wollen dorthin gehen, wo die komplexesten, kritischen Arbeitsprozesse sind. Also zum Beispiel im Finanzindustrie, in der Verwaltung, in der Sicherheit, im Gesundheitswesen. Und wir wollen dort Assistenzsysteme bauen, die den Menschen unterstützen. Wir sind ja hier in einem Ministerium und die öffentliche Verwaltung könnte enorm von KI profitieren. Wir haben ja unglaublich viele Vorgänge, die systematisiert und bearbeitet werden können. Und deswegen war im Schwerpunkt meiner Arbeit, auch als ich bei euch war, so ein bisschen die Frage, wie kann die öffentliche Hand als Ankerkunde Aufträge generieren, wenn ich das so sagen darf, die dann AI-Technik in Deutschland und in Europa mit Aufträgen versehen. Ich meine, es ist ein AI-Unternehmen, das auf Verwaltung zielt. Und wir sind die Verwaltung. Also das müssen wir nur sehen, dass wir von unseren Kundenverkehren bis zu den Förderbescheiden bis vielleicht zu den Genehmigungen Cases generieren, an denen die sicher proben können. Wir reden sehr viel über Regulierung und ähnliche Aspekte. Wenn wir aber dort bei dieser essentiellen technologischen Grundlage abhängig vom Ausland, von kommerziellen Firmen weiterhin sein werden, dann kann es in Zukunft potenziell so uns gehen, wie es mit Energie, mit dem Gas im letzten Jahr gewesen ist, wo wir auch gewisse Dinge sagen wollten, aber es dann nicht mehr konnten, weil es sonst hier kalt und dunkel geworden wäre. Das Rechenzentrum, das Aleph Alpha bisher die Unabhängigkeit sichert, stammt vom US-Konzern Hewlett Packard Enterprise. Hewlett Packard Enterprise ist einer der größten Player, wenn es darum geht, Computingfrastruktur aufzusetzen. Also die bauen Rechenzentren, die statten interne Serverräume aus. Also diese Hochqualitätsinfrastruktur, auf der die moderne Welt läuft, ein Großteil davon kommt von HPE. Andrules hat es geschafft, eine strategische Partnerschaft mit HPE zu schließen. Das heißt, er wird mit Hardware beliefert, ohne sich exklusiv an den Konzern zu binden. Außerdem will er auf diese Weise Zugang zum US-Markt bekommen. Hier in Las Vegas will er den Deal mit HPE-Chef Antonio Neri besiegeln. Wir announcen ja heute wesentliche gemeinsame Offering mit HPE. Also es gibt eine Pressemitteilung, die gleichzeitig rausgeht. Es ist wirklich ein gemeinsamer Grote Market. Und das ist eigentlich das Wichtige. Das Wichtige ist nicht, dass ich irgendwo auf einer Bühne stehe, sondern dass wir jetzt mit einem wesentlichen Partner einen gemeinsamen Schritt gehen. Bin ich nervös? Ja, naja, ein bisschen, ja. Wir haben da jetzt monatelang drauf hingearbeitet. Sollte schon gut laufen. Wir bauen unser Sprachmodell selbst und sind nicht von externen Ressourcen abhängig. Wir haben kürzlich die Nachvollziehbarkeit von Informationen auf eine neue Art gelöst. Man sieht nicht nur bestätigende Quellen, sondern auch widersprechende. Du hast mir ein Beispiel gezeigt, richtig? Ja, genau, aus deiner eigenen Rede. Ich denke, das ist... Hier sitzen die Analysten, pass auf. Ja, gut. Also Amerikaner sind schnell, sind risikofreudig. Aber natürlich muss diese Partnerschaft auch in dem Fall HPE nutzen. Jede Partnerschaft kann zu jeder Zeit zu Ende gehen. Jonas Androulis will vermeiden, von einem Großkonzern abhängig zu werden. So wie es im Fall von OpenAI und Microsoft geschehen ist. Aber damit geht auch ein großes Risiko einher. Wenn seine Technologie nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, ist er raus aus dem Rennen. Wir werden bald mehr Geld haben. Was wir gestern getan haben, hat dabei hoffentlich geholfen. Das hat sicherlich nicht geschadet. Ich habe nach der Show sofort Feedback von Investoren auf mein Handy bekommen. Dieses Geld will ich jetzt nutzen. Es wäre hilfreich, eine Liste von Anwendungsfällen von euch zu bekommen. Dann könnten wir uns erstens ansehen, wie vermarkten wir das? Und zweitens, wie können wir das intern im Unternehmen nutzen? Das wäre großartig. Und dann drittens sollten wir natürlich abstimmen, welche Dienstleistungen wir anbieten. Vielen Dank für die Partnerschaft. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank. Was uns an der Zusammenarbeit gereizt hat, ist Aleph Alphas Mission, Unternehmen die Anwendung von Sprachmodellen zu ermöglichen. Die meisten Unternehmen im Silicon Valley richten sich eher an Konsumenten. Die Idee eines individuellen Sprachmodells, das mit eigenen Daten trainiert werden kann, passt wirklich gut zu unserem Kundenstamm. So freundlich die Amerikaner auch auftreten, sie wollen konkrete Ergebnisse sehen. Andrules muss liefern. Und das schnell. Und, bist du jetzt zufrieden bisher mit der Messe? Ich bin sehr zufrieden. Viele Menschen kommen vorbei und wollen mit mir sprechen. Was war das interessanteste Gespräch? Das interessanteste Gespräch bewegte sich möglicherweise um die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. Das KI-Wettrennen ist auch ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Wer schafft es, in den Fokus von Investoren zu kommen? Wer sitzt auf den Panels? Wird wahrgenommen und zitiert? Wir haben ja so das ein oder andere Mastermind hier zu dem Thema heute schon gehört und gesehen. Und es kommen natürlich noch einige. Und bei dir geht es jetzt ein bisschen um die Frage gehen, inwieweit KI vielleicht demnächst selber für Innovationen sorgen kann. Jonas Andrules steht plötzlich im Rampenlicht. Die Nischentechnologie von einst ist jetzt Hype. Seine KI wird getestet und bewertet. Nicht immer freundlich. Die Wochenzeitschrift Die Zeit wirft Aleph Alfa vor, dass sich deren KI zu rassistischen und chauvinistischen Äußerungen provozieren lasse. Andrules verweist darauf, dass es sich um eine Basistechnologie handele, die absichtlich nicht eingeschränkt werde. Low-hanging fruit für Journalisten. Ich habe einen Screenshot gemacht, das Modell hat ein böses Wort gesagt. Jedes Feintuning, jedes Instruction-Tuning, was ich mache, leidet das Modell in gewissem Bereich. Also es verliert Fähigkeiten dafür, dass ich es eben gefälliger mache, sicherer mache. Und das sind vielleicht genau die Fähigkeiten, die ich im Industriekontext für Prozessautomatisierung brauche. Wir wollen, dass die Embedding-Technologie eine bekannte Marke wird. So wie das iPhone, das ist das Allerwichtigste. Denk nicht darüber nach, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wir wollen eine Firma wie OpenAI werden, der Top-Anbieter in der Embedding-Welt. Ich habe unsere Planung besprochen. Wir werden ein neues Projekt rausbringen, eine Art Konkurrent zu OpenAI-Embeddings. Wir haben diskutiert, wie wir das Team am besten dazu bringen können, sich auf dieses Projekt zu konzentrieren. Wir haben ein Team mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Und manchmal ist es schwer, dass sich alle auf eine Sache konzentrieren. Das liegt auch daran, dass KI sich so schnell entwickelt und es viele Hypes gibt. Die Leute wollen alles Mögliche ausprobieren. Ich habe also mit meinem technischen Leiter gesprochen und dafür gesorgt, dass alle leitenden Entwickler und Führungskräfte an einem Strang ziehen. Meine Hauptaufgabe als CEO ist es, die Spaßbremse zu sein. Ich beseitige alle Ablenkungen, um sicherzustellen, dass sich die Leute auf die Aufgaben konzentrieren, die das Unternehmen zum Erfolg führen. Wir sind ein Unternehmen, das sich vor allem an Entwickler und Software-Ingenieure richtet. Das Entwicklerteam von Zalando, gleich da drüben, ist zum Beispiel unser Kunde. Die größte Herausforderung ist, dass der Wettbewerb einfach zu heftig ist. Investoren sind nicht dumm, vor allem, wenn es um spätere Finanzierungsrunden geht. Sie bewerten das Unternehmen sehr streng. Wir konkurrieren zum Beispiel mit Unternehmen wie Hugging Face und Cohear. Die Leute dort haben früher bei Google gearbeitet, haben am MIT und in Stanford studiert. Das sind kluge Leute. Die meisten Investoren bewerten uns nicht als kleines Unternehmen, nicht aufgrund des Hypes, sondern aufgrund unserer Leistung. Wir müssen also zwei Dinge vorweisen. Entweder schnell wachsende Nutzerzahlen oder stabile Einnahmen. Es ist Spätsommer 2023. Thomas Wolff ist im Familienurlaub in der Bretagne. Als Chief Scientific Officer ist er vor allem für die Forschung und Entwicklung im Unternehmen zuständig. Ein Bereich, der es erlaubt, zwischendurch auch mal Luft zu holen. Und was habt ihr heute vor? Was Besonderes? Nein, wir üben heute Trapezsiegeln. Wart ihr nicht gestern schon Trapezsiegeln? Ja schon, heute machen wir irgendwas anderes. Ja. Im Rampenlicht steht Thomas' Kompagnon, Clément Delongue. Er ist der CEO von Hugging Face und nach außen hin das Gesicht des Unternehmens. Schwergewichte der Tech-Branche wie Google, Amazon, Nvidia und AMD haben in Hugging Face investiert. 235 Millionen Dollar. Die offene Entwicklungsplattform für KI-Modelle ist ein Milliarden-Business geworden. Was der Firma zusätzliches Prestige verschafft hat? Meta, die Firma von Mark Zuckerberg, veröffentlicht auf Hugging Face ihr High-End-Sprachmodell Lama 2. Das ist ein Modell, das kürzlich von Facebook bzw. Meta veröffentlicht wurde. Es ist ähnlich wie ChatGPT, eine Open-Source-Konkurrenz. Der Unterschied liegt darin, dass es umsonst ist. Man kann es einfach auf seinem Rechner installieren. Man muss es nicht über das ChatGPT-Interface benutzen und dafür bezahlen. Das ist wie ein Lego-Bausatz. Alles ist offen, alles ist frei zugänglich. Man kann es auch vorgefertigt kaufen. Wenn jemand ein Open-Source-Modell für dich baut, dann ist es, als würde er Lego für dich zusammenbauen. Einen schönen Bugatti aus Lego. Und danach gehört er dir. Du kannst ihn aufmachen und ins Getriebe schauen. Der größte Vorteil von Open-Source, die freie Zugänglichkeit, ist zugleich die größte Schwäche. Was, wenn die Modelle von Kriminellen, Terroristen oder Geheimdiensten weiterentwickelt und für üble Zwecke missbraucht werden? Sicherheitsmechanismen beispielsweise, die die Entwickler eines Sprachmodells eingebaut haben, können leicht wieder entfernt werden. Das ist eine große Frage, die wir uns bei HuggingFace stellen. Am Anfang ging es für uns darum, den Zugang zu dieser Technologie möglichst breit verfügbar zu machen. Wir gingen davon aus, dass das vielen Entwicklern helfen würde. Aber die Technologie hat zwei Seiten. Und es haben auch Leute Zugang, die ihn besser nicht haben sollten. Ich habe letztes Jahr jemanden getroffen, der eine KI entworfen hat, um Medikamente zu entwickeln. Moleküle, die gut für die Gesundheit sind. Und nur mal so als Experiment trainierte er dann die KI darauf, nach Molekülen zu suchen, die schlecht für die Gesundheit sind. In nur vier Stunden entdeckte sie tausende chemische Waffen, darunter VX, das stärkste Nervengas, das wir je in den USA entwickelt haben. Natürlich sollte man solche Dinge nicht frei zugänglich machen. Das ist einfach verrückt. Ich bin ein Wissenschaftler. Ich liebe Open Source. Wenn es darum geht, möglichst schnell große Fortschritte zu machen, ist Open Source dein Freund. Trotzdem kann ich die Gefahren nicht völlig ignorieren. Und das einzige Argument, das ich von Befürwortern bisher gehört habe, ist, ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Es ist einfach, von der Seitenlinie aus zu kommentieren und zu warnen, dass das alles gefährlich ist. Es ist schwieriger, sich aktiv einzubringen und zu sagen, ich werde versuchen, etwas Positives, etwas Gutes zu schaffen. Es wird nicht unbedingt erfolgreich sein. Es wird Fehler und neue Anläufe geben. Und trotzdem werde ich es versuchen. Es ist riskant, aber wir folgen dem Weg, den wir für richtig halten. Das Massachusetts Institute of Technology ist eine der renommiertesten Tech-Unis der Welt. Eng vernetzt mit der Industrie. Was hier erforscht wird, hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Und natürlich ist das MIT auch bei künstlicher Intelligenz vorne mit dabei. Max Tegmark ist hier Professor, neben seiner Arbeit für das Future of Life Institute. Das Thema KI-Sicherheit bestimmt auch hier seinen Alltag. Lasst uns anstrengen und das Tempo erhöhen. Es ist sehr inspirierend, wenn ich ins Silicon Valley fahre und sehe, wie schnell die Unternehmen dort sind, im Vergleich zu uns hier an der Uni. Wir haben einen Haufen talentierter Leute hier. Also, lasst uns loslegen. Tegmark und seine Mitstreiter wollen den Tech-Startups aus dem Silicon Valley auf die Finger schauen, Risiken aufdecken und uns, der Gesellschaft, quasi mit wissenschaftlicher Methode klar machen, wie wenig Zeit bleibt, um dem Sog der Tech-Industrie etwas entgegenzusetzen. Du hast hart daran gearbeitet, dein Paper fertig zu machen. Wir haben darüber gestern sehr lange gesprochen. Ich denke, der letzte Teil könnte für die ganze Gruppe spannend sein. Ja, sehe ich auch so. Willst du die Tabelle an die Tafel schreiben? Sicher. Vielleicht können die anderen etwas ergänzen. Wir haben den Konflikt veranschaulicht zwischen denjenigen, die die menschlichen Lebensgrundlagen und vielleicht den Menschen selbst ersetzen wollen, und denjenigen, die sich dem widersetzen und den Status Quo bewahren wollen. Das hat sich Peter nicht einfach ausgedacht. Das kommt tatsächlich aus der Mathematik. Wenn man eine naive Haltung einnimmt, dann sagt man, also, wir haben zwar eine KI, die alles kann, was Menschen können, sogar besser, aber mein Leben wird trotzdem gut sein. Wenn viele Menschen das glauben, werden sie keine persönlichen Opfer auf sich nehmen, um sich zusammenzuschließen und gemeinsam Widerstand zu leisten. Es gibt Unternehmen und Open-Source-Entwickler, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Menschen ihre Einkommensmöglichkeiten zu nehmen, indem sie KI-Modelle entwickeln, die den Job besser als Menschen erledigen können. Sobald man aber sein Einkommen verliert, ist es zu spät. Dann sind die Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Darin besteht das größte Risiko, dass wir in 20 Jahren zurückschauen und feststellen, dass wir alles automatisiert haben, weil es so einfach war und funktioniert hat und sich die KI in 99 Prozent der Fälle richtig verhalten hat. Und plötzlich haben wir keine Kontrolle mehr über etwas, das entscheidend für die Gesellschaft ist. Und der Prozess hat schon begonnen. Bisher sind es die intellektuellen und kreativen Fähigkeiten des Menschen, die ihn von anderen Lebewesen und Maschinen unterscheiden. Was, wenn uns diese Eigenschaften nun streitig gemacht werden? Mein Name ist Dr. Enongo Lumumba-Casongo, auch bekannt als Samus. Ich bin Rapperin, Produzentin und Dozentin an der musikalischen Fakultät der Brown University. Ursprünglich haben mich diese ganzen KI-Diskussionen nur am Rande interessiert. Ich habe schon zugehört, beobachtet, gelesen. Richtig eingeschaltet habe ich mich erst, als ich gemerkt habe, was an der Schnittstelle von Hip-Hop und KI passiert. Da wurde mir klar, diese Sache entwickelt sich wirklich schnell. Letztes Jahr haben wir über eine Art KI-generierten Rapper gesprochen. Und dieses Jahr wurden die Stimmen von Künstlern wie Drake und The Weeknd mithilfe von KI geklont. Die Geschwindigkeit, mit der das zu einer unmittelbaren Herausforderung für Künstler geworden ist, ist besorgniserregend. Das ist die Logik des Kapitalismus. Als menschlicher Urheber kannst du versuchen, nicht zurückzubleiben. Wir Chinesen haben immer das Gefühl, dass Technologie, wenn man sie intelligent einsetzt, uns anspornen kann, selbst intelligenter, besser zu werden. Chinesen können schneller und billiger arbeiten. Sie streiten nicht, stellen keine albernen Forderungen. Chinesische Unternehmen setzen sie bereits ein, um menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Dieser Moment ist kritisch für Kreativschaffende auf der ganzen Welt. Es ist etwas im Gange, das in den nächsten drei bis fünf Jahren von großer Bedeutung sein wird. Für Leute wie mich, die von ihrer Kunst leben können, aber nicht zur Top-Liga der Musikindustrie gehören, für uns gibt es einen Weg, unter dem Radar zu bleiben und weiter unserer Arbeit nachzugehen, weil es ums Experimentieren geht. Es geht darum, verrückte Dinge auszuprobieren, während es bei KI um den Durchschnitt geht. Diejenigen, die Ungewöhnliches und Überraschendes tun, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf unsere Gesellschaft sind weitreichend und komplex. Wie kann man eine Technologie regulieren, die sich so schnell entwickelt und deren Potenzial man kaum abschätzen kann? Die USA tun sich schwer. Der Einfluss der Tech-Industrie in Washington ist groß. Und die politischen Mehrheitsverhältnisse sind fragil. Tatsache ist, dass die US-Regierung langsam arbeitet. Es ist eine Demokratie. Das System wurde gebaut, um langsam zu sein. Die US-Regierung soll nicht effizient sein und Probleme schnell lösen, denn eine zu effiziente Regierung kann das auch gegen ihre eigenen Bürger einsetzen. Ich glaube, wir haben einen Zustand erreicht, vor dem viele Philosophen und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gewarnt haben, die Unfähigkeit, Technologie zu beherrschen, weil alles immer schneller wird. Ich würde nicht gegen die Demokratie wenden, aber das wird wirklich eine harte Anpassungsphase. Der erste große Gesetzesentwurf, mit dem künstliche Intelligenz weitreichend reguliert werden soll, kommt von der EU. Der sogenannte AI-Act. Ich bewundere die Europäische Union dafür, dass sie eine Führungsrolle eingenommen hat. Sie hat die Regulierung von KI sehr ernst genommen, bevor sich irgendjemand sonst ernsthaft damit beschäftigt hat. Jonas Androulis ist nach Brüssel gereist. Zusammen mit anderen Start-up-Gründern will er den Politikern dort klar machen, dass starke Regulierung die kleineren europäischen Player gegenüber der Konkurrenz aus den USA und China benachteiligen könnte. Bei solchen Veranstaltungen sind es immer ein bisschen schwierig, weil man ruft so in die Welt hinaus und man weiß nie genau, was zurückkommt. Also es hören ein paar neue Leute zu. Man weiß natürlich, dass das Zusammenspiel innerhalb Europa und auch mit Europa wichtig ist. Aber wie viel da jetzt wir bewegen können, ist immer schwer zu sagen. Man weiß nicht, wie viel da jetzt ist. Ich hätte, also ich kann natürlich auch einfach reden, aber ich habe schon was vorbereitet. Eure Sessions sozusagen, ihr könnt euch jetzt mal aussuchen, wie ihr euch setzen wollt. Guten Tag. Willkommen im Europäischen Parlament zu dieser Veranstaltung. Einem wichtigen Treffen zum richtigen Zeitpunkt. In Kürze wird passieren, was die Tech-Riesen schon beim Cloud-Computing vorgemacht haben. Es wird eine Infrastruktur für allgemeine künstliche Intelligenz geben. Und darauf wird die gesamte Wertschöpfung der Welt aufbauen. Alle Apps, alle Innovationen. Für uns gibt es keine zweite Chance. Wenn wir jetzt nicht schnell vorankommen, werden wir es in zwölf Monaten nicht noch einmal versuchen können. Vielen Dank. Androulis wiederholt seine Botschaft wieder und wieder. Ob auf internationalen Bühnen, bei deutschen Politikern oder hier im Europaparlament. Smalltalk, Lobbyarbeit sind für Jonas Androulis im Laufe des Jahres Businessalltag geworden. Also ich habe meine Karriere ja als Investmentbanker und Unternehmensberater angefangen mit Anzug bei 38 Grad ohne Klimaanlage. Ich glaube, ich wäre kein guter Politiker. Das habe ich schon im Apple-Konzern gemerkt. Wie groß ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Lohnt es sich vielleicht, lohnt es diese Zeit zu investieren? Lohnt es diesen Kampf zu kämpfen? Ich glaube ja, ich glaube, den Kampf lohnt es sich zu kämpfen. Aber ich habe schon oft Momente, wo ich mir vorstelle, etwas anderes zu machen, wäre auch ganz schön. Kurz danach wird der AI Act vom EU-Parlament verabschiedet. In fünf Jahren wird es dieses Gesetz Europa ermöglichen, mit der schnellen Entwicklung von KI umzugehen und den größten Nutzen daraus zu ziehen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Rechte und Freiheiten unserer Bürger geschützt und gestärkt werden. Wir wollen keine Massenüberwachung. Wir wollen kein Social Scoring. Wir wollen keine vorhersagende Polizeiarbeit in der EU. Mein Name ist Rago Studorake. Ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und vertrete die Fraktion der Liberalen. Von Beruf bin ich Richter. Ich war auch Mitglied der Regierung in Rumänien als Innenminister und Minister für Digitales, bevor ich ins Parlament kam. Künstliche Intelligenz wird einen großen Einfluss auf die internationale Machtbalance haben. Sie wird unsere Volkswirtschaften antreiben und ein geopolitischer Faktor werden. Was Kriegsführung betrifft, aber auch bei der Frage, welcher Teil der Welt wettbewerbsfähig sein wird und welcher nicht. Wir werden auch bald einen Wettstreit oder sogar einen Konflikt in Bezug auf die globalen Standards der Technologie erleben. Deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen zu schützen und um sicherzustellen, dass unser Verständnis davon, wie Technologie zu handhaben ist, von möglichst vielen auf der Welt geteilt wird. In Nachverhandlungen wollen die EU-Länder Deutschland, Frankreich und Italien die Regeln des AI-Acts noch einmal aufweichen. Auch um die heimischen Player wie Aleph Alpha vor starker Regulierung zu bewahren. Am Ende aber setzt sich das EU-Parlament durch. Wir sind, was die Regulierung angeht, der Wirtschaftsraum, der mit vorneweg dabei ist. Und natürlich verbindet sich damit auch immer ein bisschen die Sorge, dass man zu viel Kreativität aus dem Markt nimmt. Also was die Regulierung angeht, sind wir besser in Europa, als was das in den Verkehrbringungen von Technik angeht. Leider. Die Wahrheit ist, letztlich wird das auch für die Tech-Branche gut sein. Wenn KI unter fairen Bedingungen reguliert wird, dann wird sie den Ruf haben, sicher zu sein und sich besser verkaufen. Sogar Sicherheitsquote in Autos wurden von der Autoindustrie anfangs heftig bekämpft. Als dann das Gesetz kam, wurden viel mehr Autos verkauft. Pan Chao ist nach Shenzhen gereist. Als Geschäftsführer muss er regelmäßig die verschiedenen Büros seiner Firma besuchen, um das Team zusammenzuhalten. Seht ihr die roten Buchstaben an dem Haus? Das ist unser Büro. Aber wir sind nicht so groß. Wir haben nur einen kleinen Raum in diesem großen Gebäude. Er will für seine Firma Gina die nächsten Etappenziele erreichen. Und dafür müssen alle Mitarbeiter maximal mitziehen. Ich lege das mal hin. Ich habe ein paar Waffeln mitgebracht. Probier mal. Das ist lecker. Ich habe ihnen gesagt, ihr müsst jetzt essen und ein fröhliches Gesicht in die Kamera machen. Wenn ich in Deutschland arbeite, begrüßen sich die Leute, reißen Witze, reden über nebensichtliche Dinge wie das gestrige Fußballspiel und all das. Hier ist man eher introvertiert. Die Arbeitskulturen sind unterschiedlich, aber beide sind ziemlich produktiv. Unter meiner Fuchtel. Eine Serie kleiner Erfolge stärkt ein Team und macht es selbstbewusster. Ein größerer Erfolg bedeutet zwar mehr Hoffnung. Eine größere Hoffnung könnte aber auch eine größere Enttäuschung bedeuten. Im Start-up läuft alles schnell. Wenn es stressig wird und du nervös wirst, dann kannst du schnell deine Vorteile gegenüber anderen Wettbewerbern auf dem Markt verlieren. Es geht am Ende nicht darum, was wir gemacht haben, sondern darum, wie die Leute uns wahrnehmen. In Deutschland arbeitet gerade ein Team daran, ein neues Sprachmodell herauszubringen. Gestern haben wir die Führungskräfte gesagt, dass das Modell am Montag fertig ist. Aber der Termin wurde schon oft verschoben. Mal abwarten, wie es diesmal läuft. Am Abend hat Hangzhou noch ein Treffen mit einer potenziellen Investorin. Unterwegs ruft er seinen technischen Leiter an, um herauszufinden, ob die Veröffentlichung des neuen Sprachmodells klappt. Hey Wanan, deine Embedding-Plattform muss in die weltweite Bestenliste der Modelle kommen. Wenn nicht jeder sein Bestes gibt, funktioniert diese Firma nicht. Wenn du nicht in die Top Ten kommst, wird es viel schwieriger. Wer benutzt eine Plattform, wenn du nicht in den Top Ten bist? Du musst dir mehr Gedanken über diese praktischen Dinge machen. Ist der LinkedIn-Post fertig? Ist der Twitter-Post fertig? Es muss da eine Strategie geben. Ja, gut. Das war's. Tschüss. Ich möchte in die weltweiten Top Ten mit unserem Modell kommen. Aber das deutsche Team hat mir gerade gesagt, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Deshalb wurde ich im Gespräch gerade etwas heftiger, weil es unser festes Ziel war. Diese Welt ist sehr aufmerksamkeitsorientiert. Wenn du es nicht unter die Zehn Besten schaffst, interessiert sich niemand für dich. Selbst wenn du auf Platz 11 liegst. Deshalb sage ich dem Team, dass es nicht nur um die Technik geht, sondern um das ganze Unternehmen, das Marketing, den Vertrieb. Alles hängt davon ab, in die Bestenliste zu kommen. Das ganze Unternehmen, die Marketing, die Sales, das alles beten auf die Nummer 10, die Top Ten Modell auf dieser Leiter-Board. Grace Liu arbeitet für eine chinesische Investmentbank. In der Gründungsphase von Han Chaos Firma vor zwei Jahren hatten die beiden schon einmal Kontakt. Du beginnst gerade, KI-generierten Content unter die Leute zu bringen, stimmt's? Multimodale KI. Wir arbeiten gerade an zwei Sachen. Eine ist die Prompt-Technologie und dann gibt es die Embedding-Technologie. Dieses Jahr wird eine ganz schöne Herausforderung für euch. Wir haben eine neue Software gemacht, Prompt Perfect. Sie richtet sich an Softwareentwickler. Wir haben schon 200.000 registrierte User. Das heißt, es gibt eine große Nachfrage. Ich kann noch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber Han hat mir etwas sehr Interessantes über die Entwicklung von zwei neuen Produkten erzählt, die ich mir genauer ansehen muss. Das Wichtigste ist der CEO selbst, ob er ein guter Unternehmer ist und nicht nur ein Wissenschaftler oder ein guter Entwickler. Mit Treffen wie diesem hält sich Han Chao Türen offen. In China wie im Westen. Und bei seinem wichtigen Projekt gibt es dann doch ein Happy End. Das neue Entwicklertool schneidet in Tests ähnlich gut ab wie die vergleichbare Technologie von OpenAI. Es ist Ende 2023 und Jonas Andrules hat es geschafft. Die große Finanzierungsrunde ist abgeschlossen. Das Unternehmen hat sich behauptet und Investoren überzeugt, eine halbe Milliarde Dollar zu investieren. Die wird Andrules brauchen. Denn schon leitet OpenAI mit Dramatik die nächste Runde im KI-Wettrennen ein. Wir haben viel erreicht, von dem mir kluge Leute vor vier Jahren gesagt haben, das ist unmöglich. Eine Deep-Tech-AI aus Deutschland? Unmöglich. Finanziert mit europäischem Kapital? Unmöglich. Unser eigenes Rechenzentrum? Unmöglich. Jetzt beginnt eine neue Ära und ich freue mich sehr, euch dabei zu haben. Danke, dass ihr hier seid. Helft uns, die beste Party zu schmeißen, die Heidelberg je gesehen hat. Danke. Und Thomas Wolf hat nur noch wenige ruhige Stunden. Denn Hugging Face wird inzwischen auf 4,5 Milliarden Dollar bewertet. Mit erfolgreichen Start-ups und dem AI-Act hat sich Europa fürs Erste zumindest einen Platz am Tisch der KI-Weltmächte gesichert. Neben den USA und China. Für die Menschheit bleibt die Frage, was für eine Welt bauen wir gerade, für uns und unsere Kinder. Ich habe meinen kleinen Leo im Arm gehalten, da war er gerade neun Monate alt. Ich habe ihm in die Augen gesehen und gedacht, seine Sprachfähigkeiten sind im Moment viel schlechter als die von Chad GPT-4. Und er wird die KI nicht einholen. Niemals. Ich habe zwei Kinder in der Mittelstufe und überlege, wie ich sie auf eine KI-durchtränkte Zukunft vorbereiten soll. Wie bringen wir unseren Kindern bei, etwas Einzigartiges und Individuelles zu schaffen? Die Maschine ist wie unsere Brüder und Schwestern. Wir werden zusammenarbeiten. Das ist, was ich denke. Auch in diesen Schlüsselmomenten, in diesen komplizierten Zeiten, finden die Menschen immer einen Weg. Sie sind kreativ und erfinderisch. Mein Sohn lernt schon zu programmieren. Er interessiert sich sehr für KI. Er will verstehen und Dinge kreieren. Und die KI dafür nutzen. Unsere Kinder werden wahrscheinlich eine Welt schaffen, die sich sehr von unserer unterscheidet. Aber ich bin nicht beunruhigt. Am Ende bin ich ein Optimist. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF zuніlene